So, Martin, der Knecht ist gerade weggegangen, weil er gestorben ist. Ja, weggegangen. Ich hab mir ausgesucht, dass ich weggegangen bin, Leute. Ich hatte keinen Bock mehr auf Felix' hässliche Kackfresse. Warum so aggressiv, Martin? Keine Ahnung. Ich hab wieder gestorben, Mann. Also nicht jetzt. Aber so generell. Bist du mit der Gemeinsituation nicht zufrieden? Ja, ich bin ziemlich unzufrieden sogar. Ja. Bein 40 von dem Zeug hab ich. Das macht doch nichts. Okay, wir haben jetzt den Plan, wir craften uns da mit richtig fetter Rüstung. Wir craften uns da von Waffen. Und dann craften wir uns erst den neuen Bauplan. Und dann gehen wir auf den nächsten Planeten, auf Level 9, und gucken, ob wir dann überleben. Ja? Weil im Moment ist es halt so, dass wir irgendwie immer rumkrebsen mit unserer Scheißrüstung von vor drei Stufen. Weil wir jetzt irgendwie nur die Rezepte holen und dann einfach trotzdem auf die harten Planeten gehen. Ohne, dass wir überhaupt was haben. Und sinnfrei ist. No risk, no fun. Ja. Hier ist wieder so eine Grube, ey. So eine Sandgrube. Ich hab mich so erschrocken, weil hier so Fische von der Decke gefallen sind. Gefährlich Fische. Komm, um dich zu töten, Felix. Ich bin einfach so weit eingebuddelt. Wie viele Dinge hast du überhaupt? Was? Wie viel von diesem Ohr hast du? Keine Ahnung. Echt? Jetzt schon 130. Ja. 130 dazu gekommen? Ende dieser Folge haben wir einfach so diese Rüstung voll, glaube ich. Ich hab... Ne, ich hab 160 jetzt aus. Ich hab nochmal 30, so ein 30er Vorkommen gehabt. Mit diesem neuen, ne? Ja. Mit diesem lila, ne, hab ich so viel. Oh, ich mach mir mal wieder ein paar Torches. Ja, mach das. Keine Ahnung, wo du bist. Aber ich vermute, du bist irgendwo hier. Ich bin in einer sehr großen Höhle. Ja. Wow, amazing Ortbeschreibung, ey. Ich bin da, wo Klötze hier sind. Ich kann was abbauen bei mir in der Nähe. Weißt du jetzt, wo ich bin? Ja. Ungefähr schon. Ich bin hier in so einem übelsten Gravelfeld gerade. Ja, das... Hab ich auch derweil... Aber da waren so übelst die Gegner und deswegen hab ich... Geh ich einfach nochmal auf dieses Gravelfeld und loot einfach so viel, wie es geht. Schick viel. Bitte? Ich hab viel gekriegt. Ich hab jetzt hier so eine beleuchtende Höhle. Beleuchtete Höhle. Ich hab unbedingt mein Inventar aufräum. Ich muss nur die Hälfte an Essen wegschmeißen, was ich da habe und sowas. Nur noch auf Fleisch umsteigen. Warte mal, was hast du denn sonst noch in der Hälfte? Ja, Erdbeeren und so'n Scheiß. Das hast du... Keine Sau. Das trägst du mit dir rum? Ja, pack hier echt mit mir rum, ey. Bin unnötig auch. Schon. Chillies. Welche Rettiche, Erdbeeren. Den Brain Extractor kann ich auch mal wegschmeißen. Und die Erde, Erdklötzchen, die sammeln sich jetzt einfach schon in meinem Inventar. In meinem ersten. Ja, das hatte ich auch kurzzeitig. Dann hab ich erstmal extrem viele Blöcke weggeschmissen. Ich mein erstes Inventar halb leer. Mein erstes Inventar ist auch fast voll. Ja, da hab ich halt die Hälfte rausgeschmissen schon. Gerade eben so dieses ganze Essen-Scheiß und sowas. Es gibt halt so viele unterschiedlich farbige Blöcke und sowas. Was eigentlich ganz cool ist. Dann kannst du ganz viel craften, äh, ganz viel bauen und sowas. Aber das müllt dir einfach dein ganzes Inventar zu. Das ist richtig. Ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Lass mal gleich einfach all Plutonium und so einfach so viel in unseren Tank schmeißen, dass wir voll haben. Bin ich so viel auch schon wieder gefunden, ey. Oh Gott, ich bin hier, ich hab hier so viel Sand. Und dropp das hier gerade alles runter. Ja. Sollen jetzt einfach nur die Erze ein, ne? Ja. Richtig geil. So geil. Es regnet einfach Erze. Ich hab 200 jetzt von den Dingen, von diesen, von diesen, oh. Ich hab keine Ahnung, aber mein ganzer Bildschirm ist voll, voller Information. Pack mir das immer oben in mein Inventar, in die Leiste, damit ich dann immer so weiß, äh, wie viel, äh, ich so ungefähr habe. So ein bisschen Pilonum zu kriegen. Oh, jetzt ist hier irgendein Gegner. Aber ich hab mich, ich bin unter dem Sand. Von daher kommt man nicht an mich ran. Ja. Fahre mich mal in deine Richtung. Oh, naja, hat mich gewone-hitted. Ja, okay. Einfach mal, ja, er ist wirklich nur auf mich gefahren, hat mich gewone-hitted. Ja, dann komm wieder runter. Irgendwo anders. Ich hab mich auch so ein bisschen anders eingegraben und dann ging's wieder. Oh, ich hab alleine 153 Copper gesammelt gerade. Alter Schewutzki. So, ich pack mal die Diamanten oben links rein. Ja, kannst du ja schon mal craften, wenn du wieder gleich, aber komm, ne, kommst du auch wieder, oder? Ach so, soll ich mich auch umbringen. Ja, würde ich sagen, oder? Der Part geht noch lang. Okay, weil die Gegner so stark sind, mein. Ja, who cares? Kannst du einfach, kannst du einfach nur meinen. Oder meinst du, wir haben schon genug, um uns die Rüstung zu craften, ne? Also, ich hab allein 250 von den Dingern. Okay, dann, äh, werde ich mich jetzt umbringen. Wo sind Gegner? Hui, hier warst du. Das seh ich. Das seh ich. Warum? Weil die Fackeln sind. Okay. Ach so. Ach so. Hast du kombiniert. Gibt es irgendwie einen Shortcut, dass man die Blöcke in den Mülleimer ziehen kann, ohne dass man... Dachte ich auch schon mehrmals. Aber gibt es nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin hier irgendwie übelst tief gerade. Da wurde ich gewandert. Ja. Ja, so ist das bei den Gegner, ne? So ist das Leben meiner Kartoffelwurst. Okay, ich guck mal, wo du was reingeschmissen hast. Okay, Kupfer. Ja. Du kannst es auch durch. Kann ich auch mal rausnehmen jetzt. Ich nehm das einfach... Kannst du löschen. Da packe ich mal Plutonium rein, unten links. Oben rechts packe ich jetzt mal, äh, Uran ein. Nehme mal die Hälfte und gebe sie dir. Die Hälfte der Diamanten und die Hälfte nehme ich mir mal. Die Hälfte der Diamanten liegt links. Felix. Was? Da liegen Diamanten links. Mit denen kann man eigentlich auch nichts machen, ne? Ja. Weil hier haben wir schon so viel anderen Shit drinne. Ich lösche jetzt Kupferbarren. Wie lösche? Ich lösche jetzt Silberbarren. I don't want this shit. Ich hab die einfach in die... Dings getan noch. Will das nicht. Was kann man hier noch? Ich hab noch Crystal. Was kann man damit machen? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man nicht noch andere Sachen beim Webstuhl machen kann. Da gibt es locker noch ein Item, dass man da noch mehr machen kann. Ja. Halt diese ganzen Rezepte, die man da bei den Händlern kriegt. Glaub ich. Ich meine, wofür braucht man dieses scheiß Monstrum? Pack mal alles Plutonium, was wir hier gecraftet... Was wir einfach gerade gefunden haben. Pack ich mal alles einfach in den Tank. Nimm dir mal die Hälfte von dem Gold daraus. Meist das Gold doch einfach in den Dingen. Der Tank ist fast voll jetzt. Meist das Gold hier einfach in diesen Apparat rein. Was für die Allgemeinheit. Okay, hab ich. Pack unten Platin rein. Ich auch. Unten links packe ich nochmal Silber rein. Sag auch immer noch die Diamantspitzhacke mit mir rum. Kann ich auch mal löschen. Ich lösche jetzt die Diamantspitzhacke. Oh, jetzt sie weg. Jetzt braucht man die irgendwann auch. Das wäre so witzig. Das wäre richtig fail, Mann. So, ich nehme mal kurz die... Aber auch lustig. So, dann nimm dir mal die Hälfte von den Cirillium-Bar daraus. Ey, die meinen, das ist alles. Kannst du haben. Ja, okay. Violium heißt das, ne? Mhm. Kann mir nur 89 herstellen, weil ich nicht mehr Dingens habe. Erstmal die Waffen. Nein, erstmal die Rüstung mache ich. Nicht. Templer war das, ne? Was? Templer war das, oder? Kann sein. Meine sieht einfach lila aus. Bisschen komisch. Meine auch. Hast du auch die komplette, ne? Sieh so aus. Sieh so fett aus, Mann. Wieso hat deine denn... Du hast acht Augen bei mir. Ja, ich bin der Boss. Darbo, ey. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Ein bisschen, ne? Wo kann ich meine alte Rüstung reinschmeißen? Ich weiß nicht. Deal with it. Alles so durcheinander, Felix. So durcheinander. Ja, Mann. Komplett durch. Die Wollmitte. Es ist einfach so schlimm, Mann. Einfach das Messie-Schiff. Warte, ich kann mir noch eine Waffe erstellen. Ja, hab ich schon gemacht. Wie viel Violi und Barren hast du noch? Ich hab zwölf. Eleg? Fünfzehn. Okay, dann willst du mir mal alles geben? Nein, warum? Ich dachte einfach nur... Hast du noch Kohle? Ja. Kannst du mir Kohle geben? Wieso? Nehm mir mal Kohle und die Barren, dann crafte ich das nächste Upgrade. Und dann können wir das beide benutzen. Ne, wie viel hast du denn? Ich hab genügend. Zwölf Barren hab ich nur noch, Violium. Ich hab fünfzehn. Gib mal, ich hab Kohle, dann crafte ich uns noch die anderen. Das heißt, 27 hab ich jetzt? Warte kurz. Okay, das war meine Waffe. Ach so. Nein, da wollte ich nicht hin. 41 hab ich jetzt. Wie kostet die beste Einhandwaffe? Wie, die beste Einhandwaffe? Keine Ahnung. Die beste Einhandwaffe ist die da. Da ist es. Und was kann man sich jetzt machen? Rubium Bar. Hier. Ja, auf welchem Planeten findet man das? Lack auf dem neunten, oder? Wir brauchen jetzt Rubium. Ach, davon haben wir ja schon was. Ja. Die sieht auch wieder geil aus. 52, Mann. Ich crafte mal dieses Rubium-Upgrade. Das nächste, das crafte ich mal. Hab das jetzt. Was? Nein, lass doch die. Ach so. Damit wir dann nämlich mit Kohle diese anderen Sachen herstellen können. Okay. Dann werf mal her. Hab ich schon. Werf mal her. Ich hab das schon hingeworfen zu dir. Das andere. Ah. Neue Rubium-Ding. Gib mir das auch nochmal. Ich hab keine Ahnung, ob ich da was bekommen habe. Hä? Müsste doch. Doch. Im Pervempium oder so. Ich kann jetzt nicht. Hast du Coal? Hast du 10 Kohle für mich? Felix? Warte mal. So, sollen wir die Folge sonst beenden? Ja, ich würde mir gerne noch die eine Waffe craften. Aber können wir auch off-skill machen. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.